Die Liebe zum Wein hat sich eigentlich immer mehr entwickelt, von Jahr zu Jahr und ich habe das Glück gehabt, ich habe super Praxisbetriebe gehabt und dadurch sind wir eigentlich immer mehr zum Thema Wein gekommen. Die wichtigste Arbeit ist im Weingarten, der mal da drin steht und man weiß einfach, dass das der richtige Platz ist und man macht dort im Prinzip die meiste Arbeit und muss wirklich schauen, dass das konsequent gemacht wird und genau dann bringt man die richtige Qualität auch in die Flasche. Ja, unsere Ziele sind natürlich, dass wir unverkennbare, unverwechselbare Weine schaffen und dass die Leute da natürlich sagen, diese Weine tragen meine Handschrift und dass die Leute natürlich zufrieden sind mit den Produkten von uns, das ist eigentlich unser Hauptziel. Wir haben ein, was wir wollen, dass wir einfach sagen, diese Weine tragen, wir auch diese Sach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach. Untertitelung des ZDF, 2020